Hallo zusammen, in einem neuen Tweet aus dem Kernentwicklerteam von Bitcoin wurden diese Woche abermals Ordinals als Spam bezeichnet, als Spam, der einen Bug im Bitcoin-Code ausnutzt und es wurde in Aussicht gestellt, dass Ordinals bald abgeschafft werden. Und es geht hier um diesen Tweet von Luke Dash Jr. vom 6. Dezember, wo er nicht nur Ordinals als Spam bezeichnet, sondern auch seine Hoffnung zum Ausdruck bringt, dass dieser Bug im Release der Version 27 von Bitcoin ausgemetzt wird und auf die Frage eines anderen Twitter-Users namens Jaspi, ob das das Ende von Ordinals und BRC20-Tokens bedeuten wurde, bestätigt Luke Dash Jr. sogar klipp und klar, dass das der Fall wäre. Und was bedeutet das genau für Bitcoin und wie kann das den Bitcoin-Spot-ETF in Gefahr bringen? Dafür erstmal ganz kurz, was sind eigentlich nochmal Ordinals und wo liegt hier eigentlich genau das Problem? Also Ordinals, das sind NFTs und Tokens auf Bitcoin und normalerweise dürfte es die eigentlich gar nicht geben, weil man nur sehr, sehr eingeschränkt Daten auf Bitcoin speichern kann. Jedenfalls ist der Speicher für Daten auf der Blockchain bei Bitcoin, den man als Programmierer belegen kann, so gering, dass eigentlich keine Bilder oder irgendwie Animationen oder ähnliches da reinpassen. Aber jetzt haben clevere Entwickler einen Weg gefunden, die Core-Entwickler von Bitcoin auszutricksen und sie geben die Daten einfach nur als ein kleines Programm aus, das sie in eine Transaktion reinpacken. Und für Programmcode steht etwas mehr Speicherplatz zur Verfügung als für ganz normale, einfache Daten. Und das Ganze ist möglich, weil der Speicherplatz für Programmcode bei Bitcoin über die Jahre nach und nach erweitert wurde. Das ist vor allem passiert bei den Upgrades zu Segwit und zu Taproot. Und dabei wollten die Bitcoin-Entwickler eigentlich nur die Fähigkeiten von Bitcoin ganz behutsam erweitern, zum Beispiel um bestimmte Multisig-Transaktionen und ähnliche Dinge, die einfach nur mit dem Zahlungsverkehr von Bitcoin zu tun haben. Aber sie wollten dabei niemals so flexible Transaktionen wie zum Beispiel bei Ethereum ermöglichen, sondern wollten ganz nah an dem eigentlichen Use Case von Bitcoin bleiben, also als Wertspeicher oder auch sogar als Zahlungsmittel. Und aus Sicht einiger Core-Entwickler sind Ordinance also einfach nur ein Bug in Bitcoin und Ordinance sind nichts weiter als ein Hack, der diesen Bug ausnutzt. Aber aus Sicht der Befürworter von Ordinance wäre das Auslöschen der Ordinance eine Form von Zensur und macht man erstmal diese Tür auf, öffnet sich nach und nach ein gewaltiges Scheunentor für auch politische Zensur. Weil wer bestimmt eigentlich, was inhaltlich auf die Blockchain geschrieben werden darf und ist nicht der nächste Schritt, bestimmte Transaktionen auszuschließen, zum Beispiel welche, die nach Nordkorea oder an Terrororganisationen geht. Naja und ihr merkt schon, wo dieses ganze Argument so hinführt. Und wenn jetzt ein Whistleblower zum Beispiel einen Text auf Bitcoin speichern würde, müsste man den dann nicht auch löschen wie so ein ganz normales Ordinal und ist das nicht eigentlich genau gegen die Kernwerte von Bitcoin als solche? Und obwohl das Ganze aussieht wie eine eher philosophische Frage, gibt es da auch ganz reale Folgen. Die Daten der Ordinance, also die Bilder, Musik, Animationen, Texte und so weiter werden ja direkt in die Blockchain reingeschrieben. Das ist zum Beispiel komplett anders als bei Ethereum, wo in der Regel nur ein Link auf eine externe Datenquelle gespeichert wird und das Bild liegt dann also nicht auf der Blockchain direkt und verbraucht dadurch auch eigentlich keinen Speicherplatz. Das heißt, die Ordinance, die nehmen jetzt den normalen Transaktionen den Platz weg. Die Größe eines Blocks ist dabei beschränkt auf 4 Megabyte. Theoretisch könnten die Ordinance jetzt den gesamten Blockspace einnehmen und dann wäre keine einfache Übertragung von Bitcoin von einer Person zu einer anderen mehr möglich. Und das ist aber natürlich irgendwie ehrlicherweise der eigentliche Use Case von Bitcoin und das wäre damit also irgendwie auch das Ende von Bitcoin, wie es eigentlich gedacht war. Und das ist nicht nur reine Theorie. Transaktionen kosten Geld und je aufwendiger die Transaktionen strukturiert sind, desto teurer sind die Transaktionen. Das heißt, eine einfache Überweisung ist eigentlich so simpel, dass sie kaum etwas kosten sollte. Aber aktuell liegen die Kosten bei ca. 18 Euro pro Bitcoin-Transaktion und das liegt daran, dass es viel zu wenig Platz gibt, um alle Transaktionen in die Blockchain aufzunehmen. Und wir haben hier zum Beispiel aktuell ca. 250.000 Transaktionen, die unbearbeitet rumliegen, weil die Blockchain einfach voll ist. Wenn man heute also eine ganz normale Transaktion hin und her schicken möchte, dann muss man schon einmal mehr für die Bearbeitung bieten als jede einzelne dieser ganzen 200.000, 250.000 Transaktionen, die jetzt schon darauf warten, abgearbeitet zu werden. Man muss sich also quasi vordrängeln durch eine höhere Gebühr. Und wenn jemand sein Ordinal mit einem Gewinn von 20.000 Dollar verkauft, dann ist der womöglich bereit für seine Transaktionen, sagen wir mal 800 Dollar oder mehr auszugeben, weil er ja 20.000 Dollar Gewinn macht. Und bei einem einfachen Transfer von Bitcoin in Höhe von 1.000 Dollar, da wäre das sicherlich nicht der Fall. Also Transaktionen mit Ordinals haben unter Umständen einen extrinsischen Wert, also einen Wert, der über den Wert des Transfers von Assets hinausgeht und sind daher eigentlich immer in der Lage, normale Transaktionen von Bitcoin zu überbieten. Und das macht Ordinals auch so beliebt bei den Minern. Miner profitieren aktuell tatsächlich überproportional von Ordinals, sodass es einen nicht wundern muss, dass gerade Miner eher pro Ordinals sind und nicht wirklich mit der Haltung der Core-Entwickler übereinstimmen. Und auch die Core-Entwickler selber sind sich untereinander nicht wirklich einig, wie sie mit dem Thema umgehen wollen. Also hier ist zum Beispiel mal so ein Thread aus der Entwickler-Mailing-Liste von Bitcoin und dabei hilft es auch zu verstehen, wer die Core-Entwickler eigentlich bezahlt und der Wert, den Bitcoin generiert, den bekommen ja in erster Linie die Miner, natürlich zum einen durch die Block-Rewards und zum anderen natürlich auch durch die gezahlten Transaktionsgebühren. Und die Core-Entwickler selber müssen ja gesponsert werden, weil Bitcoin jetzt nicht ein Unternehmen ist, das deren Gehälter irgendwie bezahlt. Und ein Teil dieser Finanzierung der Entwicklung kommt also durch die Miner, logischerweise. Und da muss man es einem Luke Dash Junior auch schon ziemlich hoch anrechnen, dass er nicht automatisch pro Ordinance ist, weil Luke Dash Junior arbeitet nämlich als CTO für eine Firma, die einen großen Mining-Pool, den Ocean Pool, gegründet hat. Jedenfalls sind es die Miner letztendlich, die entscheiden, ob sie jetzt eine neue Bitcoin-Software auch installieren, wenn die neue Version die Ordinance löscht. Und sie können ja auch einfach die alte Version weiterlaufen lassen, nur muss dann natürlich auch früher oder später jemand die alte Software-Version weiterpflegen, wenn es zum Beispiel Bugs gibt oder andere Features gewünscht sind. Und wenn die Core-Entwickler an der Stelle nicht nachgeben, dann läuft das letztendlich auf einen neuen Fork hinaus. Und dann hätten wir wieder eine neue Bitcoin-Variante, zum Beispiel Bitcoin Core oder Bitcoin Original. Und man muss jetzt mal bedenken, dass die Miner dabei irgendwo die alte, also die originale Version betreiben und die Bitcoin Core-Entwickler die neue Version. Und das ist eigentlich normalerweise überhaupt kein Problem. Wir hatten das ja jetzt schon einige Male vorher, zum Beispiel mit Bitcoin Cash und Bitcoin Satoshi wie Svision. Und das regelt sich meistens schon irgendwie von selber. Aber für den ETF stellt das Ganze jetzt natürlich ein Problem dar. Weil welche Version ist denn dann die zugrunde liegende Version im ETF? Die Version mit oder die ohne Ordinance? Und genau das hat die SEC, BlackRock und die anderen Bewerber vor einiger Zeit gefragt. Und die Antwort darauf wurde, jetzt Zufall oder nicht, ziemlich genau einen Tag vor dem Tweet von Luke Dash Jr. öffentlich über die Website der SEC. Und das findet sich hier in diesem Dokument. Und hier ist auch ein Artikel, der die ganzen Fragen und Antworten sehr schön zusammenfasst. Den Link packe ich einfach unten in die Videobeschreibung. Könnt ihr also selber mal nachlesen. Das ist sehr umfangreich. Jedenfalls würde BlackRock in diesem Fall, also im Fall eines Forks, einfach die Version aussuchen, die sich voraussichtlich am ehesten durchsetzt. Also sicherlich würde man am ehesten denken, das ist dann die Version der Core-Entwickler, also des originalen Entwicklerteams, das seit eh und je den Bitcoin-Code pflegt und weiterentwickelt. Aber ist das jetzt wirklich so? Und welche Version sammelt denn den meisten Wert für die ETF-Investoren ein? Und das wäre sicherlich die Version mit den Ordinance. Und dabei geht es jetzt nicht nur um Bildchen und Memes, sondern an dem Thema hängen eben auch die BRC20-Tokens, also zum Beispiel Stablecoins, Memecoins und ähnliche Dinge. Und was wäre zum Beispiel, wenn Circle jetzt eine Milliarde USDC auf Bitcoin minden würde? Die eine Milliarde US-Dollar, die wären dann für die ETF-Anleger weg, wenn die ETF-Version die Version ohne die Ordinance wählen würde. Und wer bekommt dann die neuen Bitcoin aus dem ETF? Und das wäre natürlich dann BlackRock. Und warum ist das so? Also für den normalen Bitcoin-Hodler wäre jetzt ein Fork eigentlich gar kein Problem. Er wird ja dann automatisch beide Versionen in seinem Wallet haben und damit auch partizipieren an dem Wert beider Ökosysteme. Und im Fall des ETF hätte BlackRock die Wallets für die Bitcoin und damit auch Zugriff auf die neu geformten, neu gemeinten Bitcoins. Und die Anleger bekämmen dann die alten Bitcoins durch den ETF, aber die neuen Bitcoins, die gehören dadurch ja automatisch BlackRock. Und man kann sich jetzt leicht vorstellen, dass das auch zu einigen Klagewellen führen wird, weil die ETF-Anleger eigentlich ein Anrecht haben auf beide Bitcoin-Versionen. Und es gäbe natürlich so einige Alternativen, wie man das Ganze regeln könnte. Also zum Beispiel, dass man beide Versionen im ETF führt, also beide Coins im ETF drin hatte, der ETF würde dann also nicht nur den Wert einer Version abbilden, sondern beider Versionen in Summe. Und das gilt dann aber natürlich auch für zukünftige Anleger, deren Einlage würde sich dann also auf beide Versionen verteilen. Es wäre nach und nach eben komplett undurchsichtig, wie der Preis zustande kommt, wann was eingekauft wurde und so weiter. Und wenn sich dann eine Version im Preis schneller entwickelt als die andere, dann würde der Preis des ETF dieser Entwicklung natürlich hinterherhinken und ein neuer, purer ETF wäre dann wohl sehr, sehr wahrscheinlich die Folge. Und all das wird in jedem Fall die Kosten des ETF-Betreibers in die Höhe treiben und die Konditionen des ETFs werden dadurch natürlich immer unattraktiver. Und die Fragen, die die SEC an die Bewerber gerichtet hat, zielen meiner Meinung nach genau in diese Richtung. Also die Kosten für den ETF in die Höhe zu treiben und ihn eventuell sogar komplett unattraktiv zu machen. Und da wären zum einen diese technischen Fragen der In-Kind oder der Cash Creation, was so ein bisschen eine Frage ist, die die Verwaltung des ETFs angeht. Und das ist jetzt ein bisschen zu lang zu erklären. Es geht aber letztendlich darum, welcher Teilnehmer im System tatsächlich die Bitcoins kauft und verkauft. Und das ist letztendlich eine Effizienz und damit auch eine Kostenfrage. Und zudem geht es hier um die Aufbewahrung der Private Keys zu den Bitcoins. Da wollte man zunächst einen Teil im Hot Storage aufbewahren, um Ein- und Auszahlungen einfacher bearbeiten zu können. Und jetzt werden alle Private Keys im Cold Storage aufbewahrt. Und das erhöht den Aufwand maximal, vor allem wenn man hier liest, dass die Private Keys verteilt in Europa und den USA gleichzeitig liegen. Also wie kompliziert das wird, wenn erst über Kontinente hinweg die Teile der Signatur zusammengefummelt werden müssen bei jeder einzelnen Transaktion, die dieser ETF macht. Und das heißt, die Management Fee wird sehr, sehr hoch werden beim ETF. Und ich schätze, das wird mindestens mal zu einem Sell-the-News-Event führen, weil wenn die Konditionen zu schlecht sind, dann wird das Ganze vor allem für institutionelle Anleger sehr, sehr unattraktiv. Zumal es mit dem Grayscale Trust zurzeit und den Futures ETFs auch andere Möglichkeiten gibt, am Bitcoin-Preis zu partizipieren. Und möglicherweise werden sich auch Bewerber aus dem Verfahren zurückziehen, wenn jetzt die regulatorischen Auflagen zu hoch werden. Aber dazu muss es ja ehrlich gesagt noch nicht mal kommen. Also es reicht schon, wenn BlackRock zum Beispiel jetzt einfach in der Verhandlungsphase den Rückzug auch nur in Erwägung zieht oder auch einfach nur die Konditionen im Vorfeld geleakt werden und diese dann einfach zu schlecht aussehen. Und etwas in der Art erleben wir ja seit Jahren eigentlich bei jedem einzelnen Apple-Event, wo die Erwartungen an die neuen Geräte und die neuen Sachen im Vorfeld regelmäßig durch die tatsächlichen Produkte dann total enttäuscht werden. Und ich will damit sagen, dass die Wahrscheinlichkeit immer mehr steigt, dass wir auch einen erheblichen Preisrücksitzer erleben werden, sei es durch Fake News oder einfach nur durch Leaks oder Ähnlichem. Und deshalb werde ich jetzt schon mal anfangen, nach und nach Gewinne abzusichern durch zum Beispiel Stop Losses oder ähnliche Mechanismen, zumal wir auch sehr nah an meinem eigenen Preistarget von 45.000 US-Dollar pro Bitcoin sind. Und ich hätte jetzt ehrlich gesagt in letzter Zeit nicht gedacht, dass wir da so schnell hinkommen. Und ich bin sicher, dass das noch eine Weile so weitergeht und dass jetzt das Risiko nach und nach steigt, so dass es Zeit wird, sich da abzusichern. Ich wünsche euch erstmal alles Gute, viel Erfolg, bis bald, tschüss.